Der muss gleich echt leiden, der Controller. Nee. Ich krieg's ja nicht mal mehr, ne? Na. Da wollte ich jetzt wieder zu viel, ne? Da wollte ich wieder zu viel. Einfach diese... Ich... Ja, nee, 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 nee. Na, 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 na. Da gehen meine ganzen schönen Leben hin. Nein, nicht du schon wieder. Dich hatten wir doch schon mal. Du kannst dich sowas von verziehen. Hör auf zu klingeln. Ich will dieses Klingeln nicht haben. So, den ersten hätten wir. So, den zweiten auch. Wir warten hier wieder ein wenig. Wir warten hier noch ein wenig. Nicht zu nah an den Stacheln, denn wer weiß, ob die nicht mich auch auf Entfernung treffen. Dem Spiel traue ich mittlerweile alles zu. So, einmal hier lang. Wow, wow. Langsam. Hier rein. So. Boah, das wäre beinahe schon wieder schiefgegangen. Ich hasse dieses Schloss. So, so, klar. So, so, klar. Ey, jetzt aber, ne? Ich lade mir schon was ein. Nicht mal mehr. Nicht mal mehr den Pilz bekomme ich. Nicht mal mehr hier den Wallchump schaffe ich. Wie soll ich das denn jetzt bitte ohne Power-Up beim Boss machen? Da kann ich doch hier gleich, äh, 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 hier sterben gehen, oder? Oder ist das jetzt so der spezielle Anreiz, den ich brauchte, den Boss ohne Item zu machen? Ich glaube, irgendwie nicht, ne? Gibt's hier denn wirklich nichts? Oh, danke schön. Welch Großzügigkeit. Das ist so ärgerlich. Ah. Wir warten, ne? Wir warten. Komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. So, hier einmal warten, ne? So, wo? Wo soll ich da hin? Wo soll ich da hin? Die sind alle so weit oben, ne? So. Das ist wirklich das letzte Mal, dass ich jetzt das in das Schloss gehe. Ich schaff das jetzt. Sei bloß ruhig. Keiner will was von dir wissen. Keiner. Pling, 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 pling. Bin ja doch schon so etwas, äh, genervt. Na, macht die Arschbombe Spaß, ja? Wow. 82 Leben nur noch. Ist echt nicht schön. Na klar, jetzt schaffe ich natürlich den Sprung beim ersten Mal nicht und der zweite wird jetzt sowas von in den Tod end, ne? Ich seh da schon kommen. So. So, mir die ganzen Wolken vertreiben. Ich dachte mir eigentlich... Ach ja, heute kommen wir sicherlich ein bisschen weiter. Ja, von wegen. Von wegen. Pustekuchen. Nein. Irgendwer möchte nicht, dass ich heute weiterkomme, glaube ich. So, wir warten hier mal zur Vorsicht. So. So, hier rüber. Laufen, laufen, laufen. Warten. Was ist, was ist eigentlich hier? Warum sagt mir das keiner? Und warum sagt mir das keiner? Was ist das hier? Komme ich hier nicht rein? Warum ist hier eine Röhre? Muss man das verstehen? Kriegt man hier einen Propeller? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, ne? Mit einem Propellerchen wäre das Ding so einfach. Ah, bitte. Bitte, bitte, bitte. So, wo? Seht ihr, wie ein... Was ich mir... Was ich mir hier Stress ersparen hätte können, ne? Ja, was ich mir hier Stress ersparen hätte können. Das stimmt. So, diesmal auf der Plattform bleiben. Auch wenn ich jetzt zum Schluss noch alle, alle Dinge hier, mein Power-Up verloren habe. Aber Hauptsache, wir haben diesen Schlüssel. Wow. Das hätte jetzt zum Schluss echt nicht mehr sein müssen. Nicht wirklich, dass ich dann noch meinen Propeller verliere. Wenigstens kein Luftschloss. Das ist doch schon mal ein kleiner Anfang. So, normalerweise müsste es doch jetzt schon in die etwas heißeren Gefilde gehen, oder? Ja. Und das hier wird richtig lustig. Das wird richtig lustig hier. Oh ja. Ja, bitte einmal speichern. Dankeschön. Oh ja, glaube ich, habe ich das letzte Mal schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange gebraucht. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hätten wir denn vielleicht noch einen Pilz? Den letzten, ne? Ich wird heiß, heiß, heiß. Äh, wieso habe ich denn das vorher nicht bekommen? Ach! Oh Gott, hier ist ja... Hier ist ja die Wall of Doom. Die Wall of Doom ist hier. Die mich hier verfolgt. Ach ja, da war ja was. So. Einmal hier weiter, hier weiter. Nicht gleich wieder verlieren! Das, das, die, die Level, die Level werden hier sowas von heftig. Ich sehe schon meine, meine Leben sowas von flöten gehen, ne? So. Auf geht's! Eine neu heiße Fahrt. Äh, hallo? Geh, geh, geh doch, geh doch jetzt mal weg. Geh doch jetzt mal weg. Meine Feuerblume! Nur, dass mir die hier nicht viel bringt. Die Wall of Doom, komm, geh, geh! Oh Gott, ich, 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 ich schnach, Nase! Ich bräuchte den Power-Up. Und da kommen schon wieder die nächsten, die nächsten Lava-Blocken. Mit Waypoint! Lass mich da noch schnell durch. Kein Power-Up. Lass mich da noch schnell durch. Power-Up! Ha, 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 da, da, da. Da, 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 da. Ich hab so ne Vermutung. Hier vielleicht. Ja. Oh. Ab in die Lava mit dir. So. Da kommen wir auch noch schnell drüber. Ja. Ich hab Angst. Wall of Doom! Wall of Doom! Wall of Doom! Okay, das ist mir jetzt egal. Muss ich da rein? Ich hab keine Ahnung. Auf alle Fall hab ich die, 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 die dritte Sterne Münze 100 pro verpasst. Ja, aber sowas von. Da hätte ich wahrscheinlich hier, ähm, na, da durchgemusst. Durch die Wand. Wow. No, 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 no. So, aber nachdem ich hier die Stunde jetzt voll habe, würde ich sagen, ich werde hier kurz zwischenspeichern. Ich hoffe natürlich, euch hat's trotzdem gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir sehen uns dann, wenn wir jetzt mal wiederholen. Wir sehen uns dann, wenn wir jetzt mal wiederholen. Wir sehen uns dann, wenn wir jetzt mal wiederholen. Bis zum nächsten Mal.